Erkennen ist krasser als Tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Heute möchte ich mal über Logik oder über den Gebrauch des Verstands reden. Und möchte dir mal klar machen oder möchte dir einen Impuls geben, dass du deine Gedanken, die du so jeden Tag hast und die du bewusst hast, einfach mal kontrollierst, ob das wirklich logisch ist oder warum du so denkst. Denn ganz häufig nutzen wir unseren Verstand oder unser bewusstes Denken und die Logik dahinter, um uns Argumente und auch anderen Argumente zu liefern, warum wir Dinge nicht tun. Und zwar ist mir vor ein paar Tagen in den Sinn gekommen, also aus meiner früheren Zeit, als ich noch NLP mit begleitet habe, als Co-Trainer NLP-Seminar gemacht habe. Und dort wird zum Beispiel auch gelehrt, dass du ja auf dich achtest. Das heißt, dass du bitte die Dinge tust, die dir gut tun und die Dinge nicht tust, die dir nicht gut tun. Und dann waren da so ein paar Spezialisten immer wieder, die von einem NLP-Seminar zum nächsten gerannt sind. Und jedes Mal, wenn es Übungen gab, wo sie sich selber stellen sollten, wo sie sich ihren Dämonen stellen sollten, wo sie hingucken sollten, was bei ihnen wagen ist, Glaubenssatzarbeit, ganz egal, was es war, haben sie ein logisches Argument gebracht. Sie haben gesagt, im NLP wird ausgebildet und es wird dir gesagt, dass du die Dinge, die dir nicht gut tun, auch nicht tun sollst und sind in dem Moment aus den Übungen ausgestiegen. Das ist völlig logisch. Ja, es ist verstandesmäßig, ja, es tut mir nicht gut, es tut weh, gucke ich nicht hin, ist halt völlig logisch. Oder es gibt Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch mal eine Stunde so ein Coaching gemacht habe, die festgestellt haben, dass sie überhaupt keine Zeit für sich selber nehmen und sich ja aufopfern für andere, nicht Nein sagen können und grundsätzlich, ja, nie was für sich tun. Und als wir dann darüber geredet haben, was es bedeutet, in so einen Prozess einzugehen, was es bedeutet, eine Coaching-Begleitung zu haben und wie lange die dauern kann, kam ein sehr logischer und natürlich auch mit dem Verstand, ja, argumentierte Einwendung. Und zwar, ich habe doch keine Zeit. Ja, das stimmt, wenn ich dann auf den Kalender mit Ihnen zusammen gucke, sieht man, ja, Sie haben keine Zeit. Das ist völlig logisch. Ja, da habe ich den Termin, hier muss ich dem noch helfen, da hat mir mein Chef auch noch mal zwei Termine reingedrückt, da kann ich auch nicht. Hier muss ich ja auch mal ins Kino gehen, also für mich sorgen. Dort habe ich dann Urlaub. Völlig logisch. Völlig verstandsmäßig gedacht. Dass in Ihnen ein Gefühl war, das wehgetan hat, wirklich ein Gefühl, wo deine Seele schreit, hey, du musst mal langsam was tun, das wird in diesen Momenten sehr gerne übersehen und, ja, mit diesen logischen Argumenten überschrien. Und, ja, verstandsmäßig, wie gesagt, können wir ganz viele Dinge, ja, ganz viele Dinge uns auch erklären und auch sagen, ja, ich muss da jetzt mal ran. Ja, ich muss jetzt mal ran an ein Coaching. Denn irgendwie laufe ich ja immer wieder vor die gleichen Wände. Und dann habe ich verstandsmäßig immer wieder die gleichen Ausreden. Keine Zeit, zu teuer, ja, solche Geschichten. Und nur einfach mal, ja, nur einfach mal angemerkt, ich habe mir mal so zehn Sachen mir angeguckt, die du regelmäßig machen solltest, damit du ein glückliches, zufriedenes und gesundes Leben führst, die verstandsmäßig absolut Sinn machen. Okay? Die machen Sinn und jeder wird das argumentativ verstehen. Also Punkt eins wäre zum Beispiel jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining machen, wenn du Auto fährst oder Motorrad oder sogar Fahrrad. Warum? Damit du noch besser trainierst, in Notlagen schneller reagieren zu können, damit du dein Auto, dein Motorrad, dein Fahrrad kennenlernst, wie ist das und wie befällt sich das unter Nass? Also wenn es draußen regnet oder Laub auf den Straßen liegt oder wenn es Eis ist, ist völlig logisch für uns alle. Denn wir wissen alle, wenn wir uns mit einem Auto bewegen, dann bewegen wir uns mit Geschwindigkeiten, die weit schneller sind als Schrittgeschwindigkeit. Und du weißt vielleicht selber schon mal, dass wenn du bei Schrittgeschwindigkeit, wenn du läufst und stolperst und dich auf die Nase legst, dass du dir da ganz schön was tun kannst. Und verstandsmäßig sagt auch jeder, ja, aber wenn ich mit 50 kmh gegen ein anderes Auto fahre oder gegen eine Mauer, dann kann ich mich schwer verletzen. So. Was machen wir? Wir machen einen Führerschein und sagen, ich habe jetzt die Berechtigung zu fahren. Aber ich bilde mich nicht weiter. Keiner. Ich kenne kaum jemand, der das macht. Ich bilde mich nicht weiter. Ich mache nicht jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining, weil es kommt ja immer was dazwischen. Immer ein Termin kommt dazwischen oder ich vergesse das. Völlig logisch. An sich sollte jeder jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining machen. Völlig logisch. Oder regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, Krebsvorsorgeuntersuchung machen. Ich weiß nicht. Machst du das? Jedes Jahr Krebsvorsorge? Einmal? Zweimal? Völlig logisch, oder? Ja, damit wir gesund leben können. Vom Verstand her wissen wir das. Und was passiert? Wir überlegen uns das auch irgendwann mal und sagen, ja, dieses Jahr muss ich mal zur Krebsvorsorge. Und Ende des Jahres sind wir völlig überrascht, dass das Jahr schon wieder um ist und wir nicht da waren. Hm. Also. Auch eine völlig logische Sache. Aber wir machen es nicht. Oder wir gehen auch nicht regelmäßig zum Hautarzt. Einfach mal gucken. Ja, auch da, auch eine Art Krebsvorsorge oder andere Geschichten. Einfach mal zu sagen, okay, ich lasse mich mal überprüfen. Oder völlig logisch und völlig verstandesmäßig kapiert jeder sofort, wenn du ein Problem mit einem anderen Menschen hast, spreche es direkt an. Du, ich fühle mich gerade nicht gut dabei, was du gerade gesagt hast. Du, ich glaube, wir beide haben hier gerade Missverständnis. Was? Machen wir das? Machst du das? Machst du das sofort? Also in dem Augenblick? Oder gehst du weg und interpretierst und fängst an, verstandesmäßig, völlig logisch, der mag mich nicht, weil. Und dann finden wir immer wieder total coole und tolle Begründungen, warum ein anderer Mensch mit uns ein Problem hat, der, wenn man ihn fragt, überhaupt gar kein Problem mit uns hat. Gesamte Interpretation. Jedes Mal, wenn du der Meinung bist, ja, du hast eine Information oder zwei Informationen von einem Menschen und machst da ein komplettes Bild draus, ist das völlig verstandesmäßig logisch für dich. Ich kenne das von so vielen Gesprächen. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, mein Job ist sicher. Ja, ich bin nicht ersetzbar in diesem Job. Ja, mein Chef hält große Stücke auf mich. All diese Menschen, die das jemals zu mir gesagt haben, standen wenig später bei mir und haben Coaching genommen, weil sie sich neu finden wollten, mussten, weil sie mich gekündigt wurden. Warum? Weil sie verstandesmäßig sich so darauf fokussiert haben, dass sie nicht ersetzbar sind und nicht gesehen haben und nicht auf die kleinen Zeichen geachtet haben, dass ihr Job hoch wackelig war, hoch riskant. Also, wenn du der Meinung bist, dass du nicht ersetzbar bist in deinem Unternehmen, wird es Zeit, dass du ganz schnell reflektierst, weil meist ist das das Zeichen, dass du auf einem sehr wackeligen Stuhl sitzt. Oder, auch verstandesmäßig weiß jeder, ja, Informationsflut. Wir bekommen jeden Tag ganz viel Information. Wir haben jeden Tag Stress in unserem Gehirn. Jeden Tag bis zum Abwinken. Und deswegen wäre es ja toll, sich in der Woche, und zwar jede Woche, einen Tag für sich zu nehmen. Am besten ohne Telefon, ohne Internet, ohne irgendwas. Einen Tag in der Woche. Wird jeder verstandesmäßig verstehen, wenn ich sage, schau mal, du musst mal zur Ruhe kommen. Ja, und dein Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, so eine Informationsflut jeden Tag zu bekommen. Das ist unser Gehirn nicht. Das ist uralt. Das ist nicht dafür da. Und ein Tag in der Woche nur für dich zu sein, für dich zu sorgen, ob du da einen Spa-Tag rausmachst, oder wie auch immer in den Wald gehst, oder im Bett liegen bleibst. Das ist ja auch völlig egal. Aber ein Tag in der Woche nur für dich da sein. Wenn ich dir das gerade gesagt habe, dann spür mal in dich hinein, welche Widerstände da waren, welche Begründungen da waren, warum du das nicht kannst. Denn die machst du mit deinem Verstand. Die machst du mit deiner Logik. Die machst du mit deinem Bewusstsein. Und dann wirst du sehen, warum du das nicht machst. Denn dann hast du eine Riesenliste, warum das nicht geht. Und dann siehst du deine Zeitfresser übrigens. Und da siehst du ganz viele Probleme. Oder der sechste Punkt zum Beispiel. Sport machen. Ja, unser Körper ist dafür ausgelegt, in Bewegung zu sein und nicht umzusitzen. Denn ansonsten wären unsere Vorfahren in den Höhlen schon mit dem Bürostuhl auf die Welt gekommen. Ja, die haben sich bewegt. Zehntausend Schritte machen. Ganz normal wird gesagt. Da gibt es jetzt mittlerweile, also man hat ja extra Schrittzähleruhren oder hier an dem Telefon Schrittzählersachen mit eingebaut, damit du gucken kannst, dass du mindestens 10.000 Schritte gehst. Und weißt du was? Das ist die Mindestanzahl. Ja, normalerweise, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die für Bewegung und Sport und Gesundheit unterwegs sind, dann sagen die dir, das ist die Mindestzahl. Das machen wir, damit das nicht den Leuten so viel Angst macht, wenn wir 20.000 bis 50.000 Schritte sagen. Also 10.000 Schritte sollst du machen. Weiß jeder von uns. Machen wir die? Machst du die? Jeden Tag achtest du darauf? Jeden Tag? Und wenn nicht, warum nicht? Keine Zeit? Ja? Und schon wieder hast du eine verstandsmäßige Argumentation gefunden in deinem Kopf, warum du Dinge nicht machst. Oder Rentenvorsorge. Ja, auch ein riesengroßes Thema. Ja, ich habe kein Geld, keine Zeit, lässt es nicht zu. Doch, lässt es zu. Kannst du machen. Du kannst Rentenvorsorge so früh wie möglich anfangen und du kannst ganz viele Möglichkeiten da wahrnehmen. Du kannst tollste Ideen haben, damit du später keine Altersarmut hast. Das geht. Machen wir das? Machst du dir überhaupt mal Gedanken? Schaust du mal regelmäßig, wo deine Sicherheit da liegt? Der achte Punkt. Der ist total toll. Dein Auto kontrollieren vor jeder Fahrt. Also, vor jeder Fahrt gucken, habe ich genug Öl drin, funktioniert das Licht? Wissen wir alle, ist übrigens uns bei der Fahrschule beigebracht worden, dass wir das bitte überprüfen, dass wir überprüfen, ob Licht funktioniert. Wir haben jetzt so langsam aber sicher, die dunkle Jahreszeit, da kannst du mal wieder sehen, ältere Autos, wie viele ältere Autos kein Licht haben. Und dadurch, dass wir verstandsmäßig sowas nicht machen, hat die Autoindustrie ja ganz tolle Sachen erfunden, wie zum Beispiel Warnlämpchen, dass sie dir anzeigen, dass das Licht nicht funktioniert und solche Geschichten. Das haben die nicht gemacht, damit du es bequemer hast. Das haben die gemacht, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, weil sie wissen, du tust es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute um ihr Auto gehen, wenn sie einsteigen, also bevor sie das erste Mal losfahren und einen Reifendruck prüfen. Macht keiner. Verstandsmäßig weißt du das, denn nochmal, du bist mit so einem Auto unterwegs, fährst 50, 80, 100 kmh, wenn du dir vorstellst, dass so ein Reifen platzt, ja, spielst mit deinem Leben. Jeder von uns spielt mit seinem Leben, wenn du einfach in ein Auto reinsteigst, ohne vorher das kontrolliert zu haben. Du verlässt dich einfach darauf, dass so ein Gummireifen hält. Verstandsmäßig macht das überhaupt gar keinen Sinn, oder? Wir machen es trotzdem, weil auf der anderen Seite wieder dieses Argument da ist, da wird schon nichts passieren, oder? Der neunte Punkt ist auch etwas, wir alle reden immer davon, dass wir Menschen sind, die in einer Gesellschaft leben. Wir brauchen ein soziales Umfeld. Wir brauchen andere Menschen an unserer Seite. Dann frage ich dich, wie oft und wie tief bringst du dich denn in diese Gesellschaft mit ein? Was tust du? Wir loben immer das Ehrenamt. Ja, ich finde das ganz furchtbar, dass wir explizit Ehrenämtler loben müssen. Denn das sollte völlig normal sein in unserer Gesellschaft. Gerade in unserer Gesellschaft sollte das normal sein. Unsere Kühlschränke sind voll, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Krankenversicherung, du hast alles Mögliche, du hättest genug Zeit, du hättest genug Möglichkeiten, dich in dieser Gesellschaft mit einzubringen. Tust du das? Nein, warum nicht? Und diese Frage mit warum nicht, die Gedanken, die jetzt gerade hochkommen, das sind deine logischen Argumente. Und ich frage dich, wie logisch sind die denn wirklich? Und der zehnte Punkt, den ich heute habe, ist, in die eigene Klarheit kommen. Sich selber zu reflektieren. Wenn du losgehst und guckst mal nach Literatur, wie erfolgreiche Menschen denken, wirst du tausende von Büchern finden, tausende von Büchern finden, die alle sagen, erfolgreiche Menschen sind in der Lage, sich gut zu reflektieren. Tausende Bücher, es gibt Studien darüber, du kannst also ganze Fachbücher lesen. Studien von Universitäten, da ist jahrzehntelang, haben tausende Leute daran geforscht, was erfolgreiche Menschen machen. Kannst du alles verstandesmäßig, wissenschaftlich, fakten-technisch nachlesen? Sich selber gut reflektieren. Sich selber oder mit sich selber gut umgehen. Und was machen die meisten? Treten irgendwie vorm Tisch oder machen eine Entscheidung, treffen Entscheidungen, die nicht so toll waren, und sagen, ich Idiot. Ich Blödmann. Ich Blödfrau. Ist das logisch? Ist das verstandesmäßig logisch? Also du denkst ja mit dem Verstand. Und ich habe ganz häufig halt Gespräche von Mitmenschen, die sagen, ja, ich denke ja mit meinem Verstand. Denkst du das wirklich? Dein Verstand wird, oder dein bewusstes Denken, wird nur durch Filtersysteme und Erfahrungen, die du hast, geleitet. Und wenn du nicht weißt, welche Erfahrungen du gemacht hast, wenn du nicht weißt, welche Filtersysteme da sind, bist du auch nicht klar. Dann kannst du dir auch nicht sagen, ich weiß, wer ich bin. Wenn du dich nicht kennst, wirst du das einfach nicht rausfinden. Und auch das, jeder weiß das. Jeder Mensch weiß, ich muss eine Bestandsaufnahme machen. Das macht jeder von uns, der einmal im Urlaub gefahren ist. Ich glaube nicht, dass du, wenn du in Urlaub fährst, einen Koffer aufmachst, einfach durch die Wohnung gehst und einfach mal so, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Nein, ich glaube, du hast so einen Plan. Ich glaube sogar, dass du dir genau überlegst, ich brauche eine Zahnbürste, ich brauche Zahnpasta, ich brauche den Kulturbeutel, ich brauche so und so viel Wäscheteile, der Koffer darf nicht schwer genug sein. Das sind Dinge, die du brauchst, damit du einen guten Urlaub hast. Und jetzt frage ich mich, was sind die Dinge, die du brauchst, damit du ein gutes Leben hast? Ist dir das klar? Weißt du das? Kennst du die Dinge? Und wenn du die nicht kennst, warum zum Teufel guckst du dir das nicht an? Warum zum Teufel fängst du nicht an, dich zu reflektieren? Warum zum Teufel gehst du nicht los und fängst an, Stück für Stück dich kennenzulernen? Wir wissen das, es ist unfassbar, wir wissen das alle, wenn du über Charisma, wenn du Bücher liest, wenn du darüber liest, wie wirke ich auf andere, wenn du Bücher liest, wie setze ich mich durch? Wie werde ich, wie zeige ich den Menschen, dass ich Fachmann, Fachfrau bin? Wie verhalte ich mich in Verhandlungen? Und so weiter und so fort. Steht immer, eine Sache drin, was ist dein Ziel und was brauchst du dafür? Und überall steht drin, lerne dich selber kennen. Steht überall drin, wenn du mit offenen Augen diese Bücher liest, steht das da drin. Und trotzdem führe ich hunderte Gespräche über Positionierung im Business, aber auch im Leben, wo ich, ja, wo ich nichts höre. Und zwar, oder, oder, kennst du das, diese, ja, wer bist du? Ja, ich bin 1,46 groß, mein Motto ist lebe, ne, liebe, lache, lebe. ich bin treu, ähm, gesellschaftlich, manchmal ein bisschen verrückt. Ja, was sind das für Aussagen? Oberflächliche Tinder-Aussagen und das höre ich bei jedem. Wenn du rausfinden willst, wer du bist, solltest du anfangen, deine Geschichte zu schreiben, solltest du anfangen, damit loszugehen und zu gucken, wer bin ich, was macht mich denn wirklich aus? Und, solange du das nicht machst, kosten dich alle deine Probleme weiterhin Geld, Nerven und Geld. Denn am Ende, wenn du mit den Nerven unter bist, kostest du sowieso Geld und wenn du nicht mit den Nerven runter bist, triffst du Entscheidungen, die dich Geld kosten. Nochmal ein kleiner Hinweis darauf, du kannst natürlich auf meiner Webseite unter Problemkostenrechner mal schauen, wie viel Geld dich deine Probleme kosten und vielleicht ist es mal jetzt an der Zeit, zu reflektieren und mal was zu tun und mal in dich zu investieren, dir zu Weihnachten etwas zu schenken. Klarheit über dich selbst, denn Klarheit ist immer der Schlüssel bei allen Dingen. Du kannst Krankheiten nicht heilen, wenn du nicht rausfindest, woran der Mensch erkrankt ist. Und du kannst selber nicht heilen, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dich immer wieder runterreißen, Triggerpunkte sind, wo andere Leute Macht über dich bekommen, weil die irgendwas sagen und du emotional richtig bewegt bist. Diese Dinge werden immer so bleiben, wenn du nicht rausfindest, woran das liegt. Für heute sage ich mal, deine Logik ist unlogisch. Du solltest auf deine Gefühle mehr achten, du solltest auf deine Intuition mehr achten und einen Zugang dazu bringen, zu der richtigen Intuition, denn wie gesagt, jeder Gedanke macht eine Emotion. Das heißt, du kannst dich auch selber sehr gut bei deiner Intuition verarschen. So und dementsprechend mein Tipp, Punkt 10 von allen sollte Punkt 1 sein. Komm in deine Klarheit. Für heute sage ich Magic your life und bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich bis dann, der Jan. Bis dann, 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 bis dann,